Ich habe da eine kleine Idee. Wir könnten doch einmal miteinander reden. Über was? Da gibt es ganz viele Themen. Ich hätte zum Beispiel eine kleine Liste vorbereitet. Wir könnten zum Beispiel für den Anfang über unsere Gefühle und Befindlichkeiten reden und wir könnten dabei einander sagen, wie es uns so geht. Mir geht es gut. Naja, aber schau, wenn du zum Beispiel nur da sitzt, in den Computer hineinschaust und die Kopfhörer aufhast und mich damit eigentlich mehr oder weniger ignorierst, dann geht es mir nicht gut. Mich verletzt das. Ich hurr da eher zu. Aber deine Körpersprache sagt mir, dass du gar nicht mit mir reden willst. Die lögt. Also ich sage jetzt einfach einmal, dass ich das nicht gut finde. Das ist keine partnerschaftliche Kommunikation. Sowas tut mir einfach tief in meiner Seele weh. Naja, jetzt musst du auch was sagen. Schaß. Nein. Ich meine über dich. Ich möchte, dass jetzt du deine eigenen, deine tiefsten Gefühle aussprichst. Sag einfach einen Satz, der mit Ich beginnt. Ich glaube, das ist ein Schaß. Na, nicht so. Ein Gefühl. Sprich einfach ein Gefühl aus. Ich habe das Gefühl, das ist ein Schaß. Ja. Ja. Ich glaube, das war doch jetzt ein gutes Gespräch. Danke. Ich glaube, das war doch jetzt ein Schaß.